Die Missionare fragen uns immer, wo ist Mohammed in der Bibel prophezeit? Ich frage heute, wo ist Jesus im Alten Testament prophezeit? Der unbekannte Schreiber des Matthäus-Evangeliums stellt eine gewagte Behauptung auf. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 23, Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist. Er wird Nazorea bzw. Nazarener genannt werden. Fast alle Bibelübersetzungen, egal ob deutsche oder englische, sind sich darüber einig, dass die Quelle dieser Prophezeiung nicht bekannt ist. Und jetzt will man von uns wissen, wo der Prophet Mohammed steht. Liebe Christen, zeigt uns erstmal, wo Nazarener im Alten Testament steht. Und ich zeige euch, wo Ahmad namentlich in der Bibel steht. Schaut mal bitte, wie problematisch diese Prophezeiung ist. John Fenton der Exeget sagt, die Quelle dieser Prophezeiung ist unbekannt. Aber Jesaja 11,1 wurde vorgeschlagen. Es ist also ein Vorschlag. Das ist nur eine Interpretation übrigens von mehreren Interpretationen. Es ist ein Vorschlag, eine Mutmaßung. Jesaja 11,1 steht, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzelfrucht bringen. Und da steht für Zweig oder Spross auf Hebräisch Neser. Und da kommen die Apologeten und sagen, ja, Neser und Nazarener ist ja das gleiche Wort. Darauf gehe ich gleich ein, aber ich möchte erstmal zeigen, ob es andere Interpretationen gibt. Der Kirchenvater Johannes Chrysostomos sagt was ganz Gefährliches. Er sagt, er werde Nazarener genannt werden. Wo steht es im Alten Testament? Welcher Prophet hat das prophezeit? Nun sei nicht vorwitzig oder wolle nicht zu viel wissen. Es sind ja viele prophetische Bücher verloren gegangen. Juden waren eben nachlässig und fielen immer wieder von Gott ab. So ließen sie einige Bücher verloren gehen. Andere haben sie selbst verbrannt und zerstört. Er spricht hier von einer Korruption der Schrift. Und das zeigt uns, wie problematisch diese Prophezeiung ist. Wenn man diese Prophezeiung nicht findet, sagt er, die Juden sind schuld. Die bösen Juden haben ihre Schriften verfälscht. Deswegen können wir das heute nicht finden. Und das ist nicht nur die Ansicht von Johannes Chrysostomos, sondern auch von Theopilakt, von Klerikos und weitere. Andere glauben, dass diese Prophezeiung in einem Apokryphenbuch steht. Das ist auch eine sehr interessante Ansicht. Matthäus hat schon mal aus einem Apokryphenbuch zitiert. Und ich habe schon mal in einem Video erwähnt, dass die Autoren des Neuen Testaments Apokryphe Schriften zitiert haben. Schaut euch gerne das Video an. Und jetzt schauen wir mal, wie die Apologeten versuchen, dieses Problem zu lösen. Sie verweisen auf Jesaja 11,1 und sagen, das hebräische Wort, was da steht, ist Neser. Und Neser und Nazarene hört sich ja gleich an. Und deswegen machen wir daraus Nazarene. Ja, ne, ist klar. Und was ist mit Daniel? Das Wort, genau das hebräische Wort, was da steht, ist im Buch Daniel, Kapitel 11, Vers 7, da steht auch Neser. Und dieser Spross im Buch Daniel ist nicht Jesus, sondern Ptolemius. Laut Benson Commentary geht es hier um Ptolemius. Laut Cambridge Bible for School and Colleges ist der Spross hier, genau das Wort, was in Jesaja 11,1 steht, ist Ptolemius. Auch in Brown Bible Commentary steht, der Spross ist Ptolemius. Heißt das jetzt, dass Ptolemius aus Nazareth kommen wird? Oder wird Ptolemius III. auch Nazarener genannt? Nein, das ist eine ungültige Interpretation. Selbst Roger Libby, selbst Roger Libby in seinem Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel sagt, dass dieser Vers, in Kapitel 11, Vers 7, über Ptolemius III. spricht, der die Herrschaft seines Vaters übernahm. Also diese Interpretation, was die Apologeten bringen, ist ungültig. Und viele Exegeten halten nichts von dieser Interpretation. In einem Kommentar zum Neuen Testament von William MacDonald steht, obwohl der dadurch geschaffene Zusammenhang nicht unmittelbar einleuchtet. Laut der katholischen Enzyklopädie ist die Interpretation von Jesaja 11,1 weit hergeholt. Albert Barnes Commentary sagt, die Worte sind in keinem Buch des Alten Testament zu finden. Das ist so kompliziert. Einige verweisen auf Richter 13,5, andere auf Jesaja 11,1. Und er sagt, keine der Interpretationen klingt überzeugend. Raymond Brown sagt, er soll Nazarener genannt werden. Das ist das komplizierste Formelzitat im Evangelium. Und es gibt noch so viele Exegeten, Leute. Ich werde sie natürlich nicht alle zitieren. Und jetzt, liebe Leute, diese Interpretation hier, dieses Statement von William Barclays Commentary ist so mutig. Und das hat mir am meisten gefallen. Er sagt, und hier hat uns Matthäus ein unlösbares Problem gestellt. Er sagt, das Problem ist unlösbar. Fakt ist, Nazareth ist nie im Alten Testament erwähnt. Und, oh leid, das ist so mutig, was er sagt. Und das ist ein gläubiger Christ. Es wurde vermutet, dass Matthäus mit den Wörtern von Jesaja gespielt hat. In anderen Worten will er sagen, es ist hier eine Wortglauberei. Es ist möglich, dass Matthäus mit den Wörtern gespielt hat, Nazarener und Nezer. Nezer, auch hier der deutsche Bibellehrer Hermann Olshausen in seinem Buch Biblical Commentary on the New Testament sagt, dass es keine einzige Passage im Alten Testament gibt, wo der Messias Nazarener genannt wird. Und er sagt auch, dass es keinen Zusammenhang zwischen Nezer und Nazarener gibt. Das sind zwei unterschiedliche Wörter, zwei unterschiedliche Bedeutungen und so weiter. Nazareth wird anders geschrieben. Ein weiteres Problem bei dieser Prophezeiung ist, Matthäus sagt, es heißt in den Propheten. Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, das steht in Jesaja, hat sich das Problem nicht gelöst. Denn laut Matthäus ist das in den Propheten, nicht in einem Buch, sondern es sollen mindestens zwei Propheten geben. Und das Wort Nezer kommt nur im Buch Daniel und im Buch Jesaja. Aber im Buch Daniel geht es um Ptolemius. Deswegen ist das nur noch im Buch Jesaja. Und jetzt kommen die Apologeten und verweisen auf Zachariah und Jeremia, wo der Messias Spross bzw. Zweig genannt wird. Ja, das stimmt. Da steht zwar Spross, aber das hebräische Wort, was da verwendet ist, ist Semach und nicht Nezer. Und übrigens, ich möchte hier klar machen, ich habe kein Problem damit, wenn Jesus prophezeit ist. Natürlich ist Jesus prophezeit. Natürlich ist Jesus ein Prophet bei uns im Islam. Er ist der Messias laut Koran. Ja, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber der Punkt ist, entweder hat Matthäus hier gelogen und somit ist das Neue Testament nicht zuverlässig oder Nazarener gab es wirklich im Alten Testament, aber die Juden haben das entfernt, wie Johannes Christos Thomas uns gesagt hat. Und somit ist das Alte Testament nicht zuverlässig. Das letzte Problem bei dieser Prophezeiung ist, hat Nazareth überhaupt existiert? Laut Thayer's Greek Lexicon, die Stadt Nazareth wurde weder im Alten Testament erwähnt, noch im Talmud, noch vom Historiker Josephus. Und das ist so interessant. Im Talmud werden ungefähr 60 Städte im Galiläer erwähnt oder Dörfer und da wird Nazareth nicht einmal erwähnt. Wie kann es sein, dass Nazareth nicht einmal erwähnt wird? Wie kann es sein, dass Paulus, der vor den vier Evangelisten geschrieben hat, nicht ein einziges Mal über Nazareth gesprochen hat? Laut World Biblical Commentary, Nazareth wurde weder im Alten Testament erwähnt, noch im Talmud, noch im Midrash und nicht mal in zeitgenössischen heidnischen Schriften. Die früheste außerbiblische Quelle ist aus dem 4. Jahrhundert, ist im Buch von Eisebius von Kaiserea, beziehungsweise es ist aus dem 3. Jahrhundert, denn das ist ein Zitat von Julius Afrikanus. Und selbst diese außerbiblische Quelle ist so problematisch, denn da steht, kommend von Nazareth und Kochaba, Dörfer und Judäa. Erstens, Nazareth ist eine Stadt und kein Dorf. Zweitens, hier steht, dass Nazareth ein Dorf von Judäa ist. Also nur ganz kurz, für die Leute, die das nicht wissen, Nazareth ist in Galiläa, ist im Norden von Palästina. Hier sieht man das auf der Karte. Das ist die Karte von Palästina. Und Nazareth ist hier oben, ist im Norden. Judäa ist im Süden, das ist Judäa. Hier sieht man das vielleicht größer. Und Galiläa und Nazareth sind hunderte Kilometer davon entfernt. Also selbst bei dieser außerbiblischen Quelle ist das geografisch falsch. Judäa ist im Süden. Galiläa und Nazareth sind im Norden. Noch interessanter wird es in der deutschen Übersetzung. In der deutschen Übersetzung vom Buch von Eisebius steht, dass Nazareth ein jüdisches Dorf ist. In der englischen Übersetzung steht, villages of Judea, Dorf von Judäa. In der deutschen Übersetzung steht, jüdisches Dorf. Warum sagen sie das? Weil sie ganz genau wissen, dass bei der deutschen, beim griechischen Text, geografisch falsch ist. Sie haben aus jüdisches Dorf, jüdisches Dorf gemacht, um diesen Fehler zu vertuschen. Und das ist so beeindruckend, Leute. Wir haben das Neue Testament, ist verfälscht. Wir haben die Passage von Josephus über Jesus, ist eine Interpolation, wie ich gezeigt habe in der Debatte mit Marvin. Und selbst Schriften der Kirchenväter werden falsch übersetzt und verfälscht. Und da stelle ich mir echt die Frage, ist irgendwas noch im Christentum zuverlässig? Und jetzt deshalb die Mohammed in der Bibel Challenge an alle Muslime zeigt uns in Tora und im Evangelium den Namen Ahmad und die Beschreibung Mohammeds. Jesus im Ate Challenge an alle Christen zeigt mir, wo Jesus im Alten Testament Nazarener genannt wird. Und ich zeige euch, wo unser Prophet namentlich erwähnt wird. Das war's von meiner Seite. Teilt die Challenge mit den Christen. Abonniert den Kanal, liked das Video. Liebe Christen, wenn euch das Video nicht gefallen hat, könnt ihr gerne disliken. Das ist gar kein Problem. Alles Gute. Wassalamu alaikum.